Ja genau, wer ist jetzt da runter gesprungen? Ok. Ich. Ja, so, lasst ihr mich auf jeden Fall wieder hoch. Oh, die Kiste so bam. Oh. Krassies. Da. Oh. Nicht! Da oben ist noch ein Kringel, Ding. Nicht! Anne! Ja, wer stirbt hier? Oh man. Was macht ihr denn? Ach, da wollt ihr hin. Ja, ok. Da oben ist noch ein Kringel. So. Ah, da ist noch mehr. Warte, ich will noch mal hin. Ich will da noch mal hin. Mama! Oh Gott. Wo bin ich? Ach, da. Ok. Oh. Ich halt das Ding erstmal. Ja, warte. Nein. Weißt du was? Ich mach das von der Seite. Das ist einfacher. Hier. Hier ist leichter. So. Was ist das? Ah! Das macht die Taube. Nein, go. Warte mal, lebst. Ihr Mörder. Ihr Mörder. Ihr Mörder. Ich will nicht, dass überall Feuerbälle durch die Gegend kullern. Ich will einen richtigen, echten Feuerball herbeizaubern, der Dinge zerstören kann. Warte, warte, warte. Darf ich mal? Ah. You are so smart. Okay. Ich glaube, er hat es so schlimmer gemacht. Ich glaube, du warst zu schlau dafür, glaube ich. Ich glaube, das ist schon so korrekt. Nee. Das kann so nicht korrekt sein. Warte mal, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, stopp. Nein. Lass mal los. Nein, lass doch mal los. Lass mal los. Aber das funktioniert ja nicht. So. Was ist denn da oben mit der Rolle? Ja, nichts ist mit der Rolle. Du bist völlig von der Rolle, ja. Wieso machen wir jetzt überhaupt die Mühe? Wir gehen einfach mit dem Dürfen da oben. Weil wir das Spiel ein bisschen spielen wollen. Weil das Spiel... Ah ne, also dann können wir genauso gut was anderes aufnehmen. Zum Beispiel? Ey, jetzt hör auf mich zu behindern. Guck mal, das Seil ist unendlich lang. Hast du es gerade rumge... Ja, jetzt hast du es gewusst gemacht. Nee, jetzt ist es korrekt. Guck mal. Man wickelt es einfach fünfmal da oben. Ist da oben was? Mach es so! Ist da nix? Glaub nicht. Ich wollte nicht sterben. Ich geh weiter. Okay. Was ist das? Ich wollte jetzt nicht hier drauf... Wer geht denn da so mutig drauf? Okay. Was ist das? Wenn du nicht weißt, was etwas ist, einfach aneck. Warte, da oben ist ein Drachen. Der hat sich auf uns gesetzt. Ich höre euch das Gefühl, hier soll was passieren, aber es tut's nicht. Ich glaube, der Drache ist mit dem Akku. Ach, der Drache, da passiert doch nix. Ach, der Drache, da passiert doch nix. Okay. Das ist... Ich habe jetzt komplizierter gedacht als nötig. Das ist cool. Wir sollen uns aber einen Weg dahin auch noch lassen. So. Ach, da ist ein Boden drunter. Ich dachte, der wäre Schlucht drunter oder so. Aber... Aber... Haben wir jetzt alle gefunden? Ja, wir haben alle 25. Wup, wup. I dreamed a fireball. Almost. Almost. Haben wir das Level hier schon? Ja, das haben wir gerade gemacht, das war das Erste. Aber wie ist die Flagge da nicht runter, wenn wir... Weil... Gute Frage. Das haben wir schon... Ich vermisse die Zeit, als das Artefakt uns einfach dorthin gebracht hat, wo wir hin mussten. Nee, aber das Spiel haben wir, glaube ich, schon. Bisschen zu viel Fußarbeit für meinen Geschmack. Nee, da stand null. Oh, das kennen wir doch. Oder? Nö, ich glaub nicht. Oder? Doch. Das kennen wir. Haben wir auch 25, 25 steht bei mir oben rechts. Null von 25. Bei mir steht 25, 25. Bei mir steht auch 0 von 25. Wer hostet denn? Goro. Ich. Jetzt hab ich eins von 25. Ist wahrscheinlich, weil Goro jetzt hostet, steht bei dir 0. Ja, aber warum hab ich denn sonst die Gesamtzahl? Keine Ahnung. Gute Frage. Wie viele hast du denn ins Gesamt... Warte, warte, gehen wir mal kurz zurück. Seid ihr mit? Ja. Jo. Wie viele hast du denn gesamt? Warte. Kann ich hier nicht gucken. Tab. Wenn ich Tab drücke, kommt bei mir... Nur... Weit... Warte, weiter... Nee, ich hab keine... Ich hab nur Tipps. Auf Tab. Ich hab keine Statistik. Hm. Aber das hier haben wir nicht, oder? Welches? Der Halbtraum eines... Jetzt ist die Flagge bei mir auch ausgerollt hier. Wo bist denn du jetzt? Wo bist du? Ich bin hier vorne. Das müssten wir nicht haben, genau. Schon wieder Amadeus. Während wir hier warten, werde ich mal ein kleines Nickerchen machen. Weck mich auf, wenn etwas Interessantes passiert. Machen wir! Der Keller der Astralakademie. Ich bin hier, um etwas zu finden, oder? Einer fehlt noch. Mh. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich auch nicht. Schaffst du das alleine, Anna, oder? Oh, ist meine Kiste auch noch. Nee, sie schafft das. Mach auch den Kistenjump, den Nefi, ja, oder so. Nee, an der Wand... Ich glaub, jetzt kommt sie eh hoch. Ja. Ja. Mach einfach den Kistenjump, den Nefi vorhin. Ja, hast du's gemacht? Das dreht sich. Ja, ich hab's versucht. Okay. Der Nächste stirbt jetzt. Voll das Hexenlachen. Oh, nein, 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 nein. Lebt wohl, lebt wohl. Guck mal, direkt wieder gekommen. Ah, that's what she said. Er ist ja direkt wieder aufgestanden. Witzig, weil Anne das mal sagt, sonst sagt sie nicht. Ja, sonst sagt sie sowas nicht, ne? Sowas sexistisches. Hä, was ist denn da? Okay, es ist vielleicht sexistisch. Oh Gott, ihr wolltet mich doch jetzt tot sehen. Ist das aber nicht sexistisch. Ja, ich... Ich... Ich gestehe, ich... Ich hatte das schon so ein bisschen... ... im Sinn. Sex sells, hab ich ja gehört. Bis auch in Playboy. Ich verstehe das schon irgendwie. Dass sie das nicht mehr machen, weil... Wieso, dann machst du jetzt auch keine Let's Plays mehr, weil das so viele machen? Nein, nein, nein. Aber sie wollen sich ja abheben. Von der ganzen Konkurrenz. Nein. Wer fehlt denn jetzt noch? Anne. Ja, wenn ihr euch da, äh... Wir haben uns hier oben die Eier geschaukelt, ich weiß noch nicht. Anne, komm, stell dich da mit rauf. Und jetzt war ein Sprung. Genau. Die Kiste ist leider nicht schwer genug, um das zu drücken. Du musst es bewegen. Ach so. Und dann Wandsprung. Bereit für Wandsprung? Ganz oben dann Wandsprung machen. Was? Hier oben schon, ihr blöden Idioten. Oh, was? Blöden Idioten, Alter. Verbiete mir diesen Ton, Madame. Ich hatte den Keller nicht so feindselig in Erinnerung. Welche Kiste ist meine? Egal, nimm einfach eine. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball, du Feuerding. Aua. Ich bin tot. Warum? Feuerball. Feuerball, Junge? Ah, ich bin auch tot. Ah, ne. Oh, euer Ernst? Ja, der Feuerball ist zu oft. Pass auf, lass dich nicht von dem erwischen. Stampf. Nice. Okay, jetzt belebe uns wieder. Jetzt belebe uns wieder, schnell! Oh nein! Lauf weg! Du lebst noch, du lebst noch! Du lebst noch! Ich lebe noch! Lauf weg! Zieh sie weg! Ja, fast! Mach den einen kleinen noch kaputt! Mach den kleinen kaputt! Oh Gott! Nein! Nein, er hat dich erwischt. Gerade so. Müssen wir auf die Kugel draufhauen? Keine Ahnung. Ne, ich glaub, du musst einfach nur entkommen. Meinst du? Ja. Ich bin hier, um etwas zu finden, oder? Sie lassen mich nie zu Ende studieren, wenn ich es nicht finde. Ach, komm! So. Oh Gott! Wer hat das schon lacht? Goro! Nein! Warum habt ihr die denn kaputt gemacht, beide? Das war ich nicht. Ich hab meine da gelassen. Nefias hat seine kaputt gemacht. Oh. Da war ja heiliges Wasser. Das ist voll heilig. Oh nein! Das ist in der Wand! Okay. Oh ne! Pass auf! Oh nein! Oh nein! Alle hier draufstellen und dann... Sind wir bereit? Okay. Oh, mit Gefühl macht er. Merkste? Das fühlt sich gut an. So. Und nur er schaut. Nein! Nein! Ich geb euch ne kleinen Schwunghilfe. Warte! Leider nur für einen. Au! Sorry! Drück mich runter! Mit Gefühl an, sonst geht das nicht. Ja, ja. Das war wie so im Schwimmbad. Für runterdrücken. Ja. Hast du früher, Leute, im Schwimmbad... Nein, hab ich nicht! Natürlich hat er das. So ein Mobber war das, weißt du? So ein Mobber. Du hast da auch nur Seepferchen gemacht. Ich hab's gehasst, wenn das passiert ist. Ich hab echt nur Seepferchen. Wenn du das aus Versehen gemacht hast. Na ja, natürlich. Echt? Ja, warum sollte ich mehr gemacht haben? Warum nicht? Mach mir doch in der Schule auch. Ja, in der Schule haben wir Seepferchen gemacht. Das hat gereicht. Bronze, Silber und Gold, ey. Ich hab auch Gold. In der Schule hab ich das gemacht. Du kannst das im Keller nicht so fein sein. Ja ja, in der Schule hab ich auch Seepferchen gemacht. Aber nie weiter. Meine Kiste ist zerstört. Da kommt er wieder. Aber jetzt haben wir die anderen gekillt. Da kommt noch mehr. Ich glaub, er muss auf den Kopf, wenn er die Kugel runter hat. Dann auf den Kopf. Das heißt, einer muss ihn locken. Ja. Da hat er's. Aua. Der hat keine Kugel mehr. Der ist nicht mehr gefährlich, aber er haut noch. Wie machen wir den denn kaputt? Ey, jetzt hat er ne Kiste. Pass auf. Hau ihn mit der Kugel. Ich kann ihn mit der Kugel nicht hauen. Das macht ihm nix. Hab ich gerade schon gemacht. Dann hau ihn mit der Kiste. Da passiert nix. Dann lass uns einfach weiter gehen. Oh nein. Oder nicht. Da passiert nix. Oh Gott. Oh Gott. Ja wohin weiter? Nach rechts? Nach oben. Ach da. Ich lass ihm nicht die Kugel. Das gönne ich ihm nicht. Die lege ich jetzt hier oben hin. So. Ah ne, warte. Das ist falsch. Wir müssen nach rechts. Aber oben rechts? Ja. Ja, ganz oben auf der Treppe ist noch ein Ding, Goro. Geh ganz hoch. Nein. Ja, aber da oben war noch was. Da ist noch ein Stein. Wir müssen da oben rein. Wir müssen trotzdem zum... Ja, dafür brauchen wir die Kugel. Warte, ich mach's auch. Hier rein. Genau. Ach so, das ist der richtige Weg. Dann kommen wir ja doch da hoch. Ja. Ich glaube, hier ist es. Ich werde es finden. Werde es finden. Moment mal. Ich bin ein Zauberer. Das ist... Oh nein, wir haben... Ah doch, wir haben alle. Der letzte war fünf. Ja, der letzte war fünf. Ja, so ein dicker war das. No school today. Yay. Ja, jetzt fehlen uns noch... ...nicht so viele. Ich hab dich für befürchtet, dass wir irgendwann leider... ...Level machen müssen. So, das da jetzt, oder was? Wie das weh tut. Wie hast du dir die Haut so verbrannt? Ein gemeiner Spritzer. Ist noch nicht lange her. Ja. Ist... Ist... Ist klar. Äh... Ich wusste sie da schon. Das ist doch englisch, ne? Ja. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Dann sagen wir dir, was sie auf Deutsch gesagt hat. Was hat sie denn verbrannt bei dir in Englisch? Arm? Ne, aber was hat sie verbrannt? Achso. Ein heißer Spritzer. Achso. Aber wie halt... Was sagt sie denn auf Englisch im Wort? Äh... Hot Splash oder Hot... Weiß ich nicht. Hot Splash ist nicht so versaut wie Spritzer. Ne. Ne. Ein heißer Spritzer. Jetzt... Ich glaub... Achso. Okay. Gut. Dieses Wasser sieht nicht... Goddammit! Nein! Oh, mein Pfeil ist nach oben hingekommen. Habt ihr es gesehen? Wir einfach alle gestorben sind. Ja, wir einfach alle nicht damit gerechnet haben, dass es so ein Gift ist. Wie hast du dir die Haut so verbrannt? Ein gemeiner Spritzer. Ein nasty Splash war es bei mir. Ne, ein nasty Splash. Ein nasty Splash. Dieses Wasser sieht nicht gesund. Hä? Wieso macht ihr das Seil bei mir nicht? Hä? Bei mir auch nicht. Bin ich der einzige coole Typ, der es hier geschafft hat? Seil ist doch einfach... Wo fliegt sie denn hin? Ja, keine Ahnung. Komm hinterher. Ja, keine Ahnung.